Wozu überhaupt eine Frau zum Orgasmus bringen, lieber Mann? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Sicher, bestimmt mehrere Male und ich weiß nicht, ob ich diese Frage schon mal so zugespitzt hier bei uns im deutschsprachigen Raum gehört habe, aber das könnte man sich fragen. Und darauf werde ich jetzt mal hier eingehen. So, bevor wir jetzt starten, möchte ich aber gerne noch mal ein paar Kommentare beantworten. Also, ich bin nicht unter Drogen, ich rauche auch nichts, ich habe auch keine, ja, wie soll ich sagen, Lust oder Sexualität, während ich hier rede, ja, liebe Männer. Ihr könnt euch da gerne Fantasien machen, aber das ist nicht der Fall. Sondern, was tue ich? Ich spreche darüber, was ich einfach total gerne mag und super gut kann, ja. Und wenn ich hier, ja, was weiß ich, mich zurücklehne, die Augen schließe und so weiter, dann liegt das daran, dass ich rein spüre in mich, was ich fühle und was noch gesagt werden will, ja. So, und das heißt, wie arbeite ich? Ich habe einen Titel für das Video und dann setze ich mich hin und habe keine Vorbereitungszeit, sondern ich setze mich einfach hin und halte aus, was dann kommt. Weil es mich zu Tode langweilt, wenn ich einen Text ablesen muss, den ich vorher über Stunden erstellt habe, ja. So, das heißt, ich arbeite intuitiv und verweile im Moment. So, und wenn dich das stört oder du da irritiert bist von, dann brauchst du mir, brauchst du dir meine Videos auch nicht ansehen. Ist ja ganz einfach. Okay? So, ich mag die Männer hier auf dem Kanal, die das schätzen und die auch spüren und fühlen können, wie tief und wie, ja, von einer höchsten Sicht meine Belehrungen sind. Ich rede jetzt schon von Belehrungen, aber naja, meine Erklärungen sind. Also, wozu sollst du sie denn zum Orgasmus bringen? Und da höre ich ja ganz oft eben von bestimmten Männern, ja, ist doch egal, was sie jetzt, wo sie jetzt ist und so weiter. Klar, ist es egal. Für eine kurzfristige Geschichte sicher. Aber auf Dauer ist es doch die Kunst des Mannes, der ein bester Liebhaber sein. Wirklich von aus, sie auch wirklich zum Orgasmus zu bringen. Weil wenn sie das erreicht hat, dann, ja, hat sie einfach Erholung, Entspannung und einen anderen Seinszustand erlebt, wenn wir jetzt hier mal schon so hochtrabend reden. Ja, also, du wirst eine Verhaltensänderung bei ihr spüren. So, und dann gibt es ja Männer, die sagen nicht mal oder fragen nicht mal, bist du gekommen oder trauen sich überhaupt nicht darüber zu reden. Und an diesem Punkt ist die Frage doch sehr famos, ja. Wozu sollst du sie zum Orgasmus bringen? Ja, damit sie entspannt ist, damit sie Bock auf dich hat, damit sie Lust hat, auch mit dir zusammen zu sein und natürlich, damit sie auch mit dir auf Dauer Sex haben will. Und wenn du da nämlich nie danach fragst oder das nie thematisierst, wirst du ja auch nie wissen, ob oder ob nicht. Und dann wirst du auch nie können, so sie zum Orgasmus bringen können. Und noch weiter, du wirst es auch nie wollen, weil es interessiert dich ja nicht. So, und das ist also, wie soll ich sagen, eine sehr egoistische Sichtweise bei vielen Männern. Und ich möchte dem entgegensetzen, dass es kein hartes Arbeiten ist, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, sondern du lernst hier auf diesem Kanal und in meiner Arbeit, Methoden kennen, dass es passiert, dass es einfach von selbst passiert, ja. Stell dir doch mal vor, wie das wäre. Und es funktioniert aber vor allem auch deswegen, weil du eben nicht wie verrückt sie jetzt zum Orgasmus bringen willst, ja, sondern weil du dich dabei auch entspannst. Und weil du zum Beispiel die Techniken der zehn Arten des Orgasmus, des weiblichen Orgasmus kennst und weil du damit spielen kannst und weil du entspannt bist, auch mit deinem eigenen Orgasmus, weil den kannst du natürlich auch steuern, genauso wie du ihren steuern kannst, ja. Und ich spreche jetzt sozusagen von dem Wunschzustand, was wir Frauen uns auch wünschen, wie der Mann drauf ist. Wenn du das kannst, dann wird sie dir unendlich dankbar sein. Also öffne dich dafür, öffne deine Sichtweise, ja. Und lerne, wie das geht. Hier unten kannst du gucken in meine Orgasmus Mastery, da habe ich im 90 Minuten Videokurs das alles erklärt und du kannst es einfach machen, ja. Und ich möchte jetzt noch einen Punkt sagen, weil das haben wir ja auch ganz oft beim weiblichen Orgasmus das Thema, welche, ähm, Verantwortung die Frau dafür hat. Und sie hat natürlich ihre eigene Verantwortung für den Orgasmus. Also zum Beispiel sagen, ja, ich will weiter, ich will kommen, ich komme, ich mach's mir selber. Oder ich will jetzt nicht. Oder mach's so, ja. Dafür hat sie die eigene Verantwortung. die hat sie trotzdem, du etwas tust, genauso weiter, ja. Aber du kannst ihr helfen. Und du kannst die richtigen Schritte gehen. Und wenn du das so in deinem Geist hast, dann wird sie das merken und dann wird sie sich da auch ganz anders öffnen können. In diesem Sinne, trau dich, tu es, abonnier das Ding und ja, nutz deine Zeit, um deine Kenntnisse für die zehn weiblichen Orgasmusarten zu erweitern.